Den Graf Peter, die AK1 der Herren, drei Läufer und der Zweitplatzierte nach dem ersten Durchgang eröffnet in der AK1 der Herren, der Ida Klaus. Wir werden mal schauen, wie es dem Klaus jetzt so geht, im zweiten Durchgang, im ersten Durchgang hat er eine super Zeit auch aufgelegt, nämlich 45er Zeit. Schauen wir, ob er diese Zeit anknüpfen kann und speziell seinen zweiten Platz verteidigen.